Alter, was seid ihr denn jetzt plötzlich wieder so laut? Keine Ahnung, das gehört verspackt rum. Warte, ich falle. Okay. Ah, super, da wollte ich gar nicht rein. Nice. Wo ist denn mein kleiner Pilz eigentlich? Keine Ahnung, der ist... Der ist eine Hose. Nee, da ist er doch. Da ist er doch. Die Scheiße ist gewachsen. Die Scheiße ist gewachsen. Holy. Na, lecker. Holy Pilz Spaß. Holy Pilz Spaß. Leckt es heute etwas? Nein. Nee, es leckt gar nicht. Leckt nicht. Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Ich habe 120 FPS. Ja, ich nicht. Ich streame. Obwohl, ich müsste auch eigentlich mehr FPS haben. Ja, es leckt die Sau. Leckt, Lasse. Komm, chest me some. Äh. Das Heilige Gebiet ist ganz schön groß geworden, ey. Au. Ja, habe ich doch gesagt, der Scheiße ist gewachsen. Aber wie, ey. Sweet. So muss das sein. Vielleicht gibt es jetzt endlich mal geilen Scheiß für alle. Das glaube ich zwar nicht. Wie viele Bösschen können wir dann eigentlich schon beschwören? So ziemlich immer noch null, ja. Ich glaube, wir sollten mal in der Arena ein bisschen weiter arbeiten. Ja, guck doch mal in die Arena. Wie, was? Why? Du hast gerade angefangen zu streamen, als ich mir eine neue Folge Fullmetal Alchemist reinziehen wollte. Tja, Shiat, hä? Neue Folge? Ne, aber ich gucke jetzt da noch die ganze Real-Stache. Neue alte Folge, quasi. Ja. Ich meine, ich habe sie vor ein paar Jahren angefangen, der hat irgendwie bei Folge 11 aufgehört, weil ich absolut keine Zeit mehr hatte. Okay. Ja. Schämlich. Was denn das für ein Gebobby hier? Was von dir, Eurboid? Natürlich, ich muss der. Was denn? Na, das da. Dieser Minecart-Track da unten. Ja, ich brauche eine Verbindung zwischen den Seiten. Post und West. Sweet. Sweet. Damit wird zu den Säulen später können. Alright, alright, alright. Let's not bad. Und schnell von, wortwörtlich A nach B kommen. Okidoki. Okidoki literal, 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 dang. Das ist okidoki, ja genau. Okidoki, fucking doki. Ja, und jetzt bin ich in der Arena und dann sieht es immer noch so aus wie Feuer. Oh, wow. Das ist ein Enhanced Upgrade. Boss. Ja, guck doch mal an die Gäste. Boss scheiße. Ok, das trifft sich natürlich gut, ja. Das war. Wrap mal das ab. Ok, cool. Ja, was fehlt denn eigentlich noch? Ich verbreite gerade seine Heiligkeit. Holy. Shiat. Ja, Shiat. Nein, oh Holy. Heilige Scheiße. Jesus geht kacken. B, F, T. Stimmt. Team Grün, ich vergaß. Blöck, blöck. Ok, kommt ja auch erst später. Alle beide. Ja. Ja. Tö-düm. Kein Mushnom Spass. Mushnom Spass, Mushnom Spass. Mushnom. Mushlong Spass, Alter. Mushlong. Mushlong's too long. Mushlong's too long for your mouth. Mushroom. Mouth. Mouth. Ja. Laguna, was euch zu dem Bild, was ich hier gestern geschickt habe, als Hintergrund zeichnen. Ah, was ja, was ja? Genau das zeichnen. Ja, was will ich sehen? Ja, genau das. Nix anderes. Was soll ich das überhaupt darstellen? Weiß. Was für ne Waffe. Das ist gar... der ist gar hätte ich von der farbe gezielt auch vom körper hätte ich ihr auf dem scorpion evo a3 ich habe genug rainbow dicks eine vorstellung davon dass ein ganz viel verband hat und so sieht dann ungefähr im final aus und ganz viele verbände ganze arsch voll was wurde eigentlich aus deinem projekt ganze terraria tour nachzeichen ja genau scharnischer jagger und seele der nacht paar würmchen können wir schon machen aber ich muss noch mehr sehen fahren müsste schon also ich brauche 18 schum als barren und 20 flugsälen wir brauchen auch eine billion titan minimum und wer ist hier das auf uns hat keine mit rührer ich ob war kollektiv mobben so was jetzt gehe ich schon titanform sonst bringe ich die dumm du mich umbringen ich habe pvp aus ich habe pvp aus spiders und da ist die monetarisierung und da lief auch vor dem vollmetal alchemist stream einfach durex werbung saugeil mit dem hashtag orgasms for all nice dass ich dann einmal was posten danke dass sie so toll das scheiße was denn das scheiße so wie es sich anhört holi das ist eine op-skelette hier unten überall palladium und silber bei mir sind ganz viele gegner und sie sind plötzlich rüstungen laguna du brauchst das doch licht sehen dann komm mal zu mir sammeln sie doch einfach ein ich bin viel zu weit weg guck mal ich bin aber gerade am verruhen ich habe hier einen lost girl führte es wer hat hier die fesseln von uns ja führ es rum und sag das ist meine bruder das ist Lorals scheißhaus ja genau das ist meine cracker das ist lagunas palast der entjungferung ja ja was ja schlubelt hackt in den kopf drinnen in den kopf scheiße das ist die beschaden ne alter move your fucking ass I'm snailed damn it ey dieser scheiß verfickte sirenbeadle ich schwör ich reiß ihm gleich noch seine arschloch komm ich jetzt noch mal zum dungeon oder was dungeon please please trage mich aus dem tabletop simulator auch dann es gibt what jetzt habe ich beides nicht verstanden und deswegen bei euch das spielensystem damit du schnell hinkommst aha great ich wundere mich ob es bei ähm dungeon dragons auch ein äh äh ich habe jetzt haupt simuliert auch ein dungeon dungeon dungeons und den du den tunnel weiterbauen da habe ich keine rechte great great fucking shit Ja, ich hab endlich ein Herz, ich brach so lange ein. Finally! Sonst hattest du immer einen Stein. Stückzähler. How cute is that? Zeigt an, wie viele Monster getötet wurden. Es zählt dein bestes Stück, oder eher. Ja. Stückzählor. Bones, Bones please. Knochen. Jawoll, die wollte ich. Da schmeißen wir den Pilz doch erstmal weg. So, ich sammle mal Knochen für das Skelett Bös hier. Oh. Oh, Mithril. Yay. Wie? Unerwart. Ja. How cool is that? Jetzt bräuch ich noch gefühlt 100 solcher vorkommen, dann können wir die auch in eine Mithril-Spezial gemacht haben. Ja, geil. Dann kann ich auch Titan fahren. Ja, geil. Wovon wir noch 3 Milliarden brauchen. Wie geil. Wie geil. Dann kann man Kisten stacken. Was? Oh ja, Kisten sind stackbar. Was ist das? Okay. Ist das ein M? Ja? Kisten-ception. Kisten-ception. Ja. Ich habe eine Kiste, die in einer Kisten ist. That's sick. Voll umständlich. Du musst einfach nur stack hohen. Dann geh das ab. Oh Mann, blöd Magier. Oh, Crientane. Oh, Crientane. Oh, das war dumm. Ja, ich weiß dann. Ja. Dachte sich, deine Mutter wahrscheinlich auch noch danach geboren hat. Oh. Oh. Oh, das war dumm. Ja, ich weiß dann. Dachte sich, deine Mutter wahrscheinlich auch noch danach geboren hat. Nein. Ja, bei mir hat es wahrscheinlich auch gedacht. Was zum Ficke habe ich da eigentlich gerade aus mir rausgepresst? Alter, wovon redet ihr verdammt nochmal? Am Gameboy oder so. Das ist ja mal eine stylische Uhr. Danke. Knochenuhr. Was? Ich ziehe da ein KS vor, aber... Ja, Laguna hat gestern mein Bild gesehen und sich erst mal einen drauf abgewankt. Ja. Saugeil. Direkt. Ich bin unerwartet. Deswegen bin ich im Stream auch offline gegangen. Oh, chest detected. Wie unerwartet. Oh, Kupfer. Wie unerwartet. Oh, Silber. Wie unerwartet. Oh cool. Auf der Radium, es reicht. Oh, Kupfer. Oh, Serverban. Wie unerwartet. Oh, Instamute. Wie unerwartet. Was, Zoom-Effects? Direct X 11 Level 10 gibt's nicht. Also. Nein, ich sag dir, was es nicht gibt. Deine Mutter in Dünn. Na lol. Lol. Ich bin professioneller Höhlentaucher. Also. Zoom-Effects. Ich habe alle Höhlentrautsch, die es gibt. Auch die deiner Mutter. Nochmal komplett deinstallieren. Deinstallieren, nicht updaten oder downgraden. Deinstallieren und neu installieren, ja. Das wäre das erste, was ich persönlich jetzt probieren würde an deiner Stelle. Tatsächlich, ja. Ich würde an deiner Stelle Fortnite deinstallieren, PUBG kaufen und das installieren. Oder Fortnite neu installieren, wenn das bei anderen Games nicht auftritt. Aber versuch's erstmal mit dem Grafikkartentreiber. Also so würde ich vorgehen, tatsächlich, ja. Nein. Beim Kunne oder so. Ich habe übrigens mein Taskleistenproblem gelöst. Echt? Wieder mal Zeit. Hast du jetzt keine Taskleiste mehr. Ne, es lag an dem USB-Verbinder für meinen PS4-Controller. Lol. Oh, dieser verfickten Wurm. So ein Verlängerungskabel, lol, oder was? Nein, ein Verlängerungskabel bräuchte ich, aber ich wollte halt wireless, also ohne Kabel. Dann habe ich mir so einen Adapter gekauft, der die Reichweite erhöht und USB ist. Aber der hat dann meine Programme kaputt gemacht, beziehungsweise den Taskleisten. Sehr geil. Ich schaue mir aus dem PS4-Controller, wenn ich mir Rocket League wieder installiert habe. Nein, 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 nein. Du kannst den deinstallieren. Du wirst halt eine scheiß Auflösung haben, aber du kannst ganz normal den Treiber dann neu installieren, ja. Da passiert nichts. Der Rom wird mich gleich töten, ne? Windows wird in einem... Wird VGA noch anzeigen können, ja. Also du kannst den deinstallieren, du startest neu, dann hast du wahrscheinlich eine miese Auflösung, dann installierst du deinen Grafikkartentreiber neu und dann geht alles wieder. Lol. Im Normalfall, deswegen. Das würde ich als allererstes mal probieren, ob das funktioniert. Neustarten dazwischen natürlich nicht vergessen. Sprich deinstallieren, neu starten, neu installieren und neu starten. Aber der wird dich dann eh zum Neustart wahrscheinlich auffordern. Beiden Fällen. Trotzdem, starte dazwischen neu, ja. Zwischen den Schritten. Nur um auf Nummer sicher zu gehen. Was ich dich noch fragen wollte, und zwar hat mein Vater ein Problem mit seinem Laptop. Ja. Er hat ne NVIDIA, glaube ich, und ne Intel. Ja, das ist normal im Laptop. Ich weiß, auf jeden Fall, er möchte halt über die NVIDIA einführen, aber es klappt nicht und deswegen leckt das. Was, was, was über, das hat gerade gestockt bei dir? Also, er möchte halt ein Spiel mit der NVIDIA Grafikkarte, aber aus ihrem Grund... Ich bin total abgehackt an, ich hab keine Ahnung. Mach's nochmal. Der Kuno sollte sich... Ich schreib's dir gleich. Ne, ne, sag's nochmal. Jetzt geht's bestimmt. Also, er hat die beiden Grafikkarten halt und er möchte ein Spiel über die NVIDIA-Karte spielen. Aber das Spiel will das nicht. Du kannst, wenn du zwei Grafikkarten, also im Laptop normalerweise eine NVIDIA-Karte hast oder nicht, wenn du Rechtsklick drauf machst, auf den Link auf dem Desktop oder wo auch immer das ist, ja, kannst du sagen, über diese Grafikkarte spielen oder starten oder über die andere Grafikkarte ausführen. Bei Windows 10. Ist es Windows 10? Das ist die Frage. Ja, ist Windows 10. Ja. Also, wenn du einen Rechtsklick drauf machst, dann fragt er dich im Normalfall, auf welcher Grafikkarte du das ausführen willst. Weil Windows 10 erkennt die beiden Grafikkarten und rennt. Ja, fuck. Oh, ja. Aber normalerweise nimmt er eigentlich die Gaming-Grafikkarte automatisch, ja. Nicht die Intel-HD-Grafikkarte in dem Fall, sondern die NVIDIA im Normalfall. Kann natürlich sein, dass es in dem speziellen Fall nicht so ist. Kann passieren. Also, ihr müsst mal gucken, wenn ihr Rechtsklick drauf macht, ob beide Grafikkarten angezeigt und auswählbar sind, ja. Grenier, wo schreit, warum schreit es in die DDDDDDDD? Weil das kann, ne? Ach so. Na klar. Weiß kann. Und dann kannst du mir nochmal sagen, ja, ob das geklappt hat. Nee, ich hatte gerade so ein Problem mit so einem scheiß Wichs-Trackst-Von-Krebs-Vieh. Äh, Void? Da bin ich halt in Discord gegangen, weil ich gucken wollte, wer beigetreten ist. Ja, Anime Freaks. Ja, scheiß, ich hab's gesehen. Ich weiß. Kam das jetzt an, Void? Ich hätte gerne gestimmt. Ja, ich hab's gehört. Ja, okay. Sag mir nochmal Bescheid, bitte. Bitte. Ja, mach ich. Also bei meinem Laptop ist es nämlich auch so, dass du mir die Grafikkarte explizit spielen will, muss ich's auswählen. Spielt mich bitte mit meinem Laptop. Das ist meine Arbeitslaptop, aber auch Terraria-Drophäen. Ich bin doch nicht aufgeschlagen. Ich nehm doch nicht meinen Tower mit zu meinem Kumpel, Alter. Komm nicht. Los mit dir. Ja, für ein paar Stunden. Ja, eigentlich spiel ich gar nichts auf dem Laptop. WoW früher. Ich bin extrem, Alter. Karton, guten. WoW ging nämlich auf dem Laptop, solange ich raiden gegangen ist. Wie viel Bones hab ich denn jetzt? Aus einem simplen Grund vor. Also aus zwei simplen Gründen. Erstens, der kann's alles oben. Der kann's alles oben. Der kann's quasi komplett modular. Ja. Und zweitens, der hat sich eine wesentlich bessere Kühnleistung. Ja, komm, noch was. Was waren die beiden Gründe? Nein, es gibt noch einen dritten Grund. Tausend meistens billiger, weil man das gleiche nicht so klein zusammenpressen muss. Laptops sind immer teurer, wenn die mehr Leistungen haben sollen. Ja, klar. Die ist sehr logisch. Ja, vor allem, die Logik meiner Freunde ist, die haben alle einen Laptop bis auf einen. Und deren Logik ist halt einfach, wenn ich das irgendwo mit hier nehmen will, was die nachhaltig nicht tun. Einhorn! Ich hab ja, ich hab ja, ich hab ja einen Laptop ein bisschen schlechten, aber ich hab da ein, zwei Spiele drauf nur und sonst benutze ich den Laptop für... Ja, du wirst ja, du wirst ja auch gerabed. Was? Also, ich hab auch einen Laptop, mit dem man zocken kann, ja. Und für mich lohnt sich das nur, wenn ich in den Urlaub fahre oder so, weil wir da keinen, weil ich meinen Tower da nicht mitnehme. Ich hab eigentlich nur so viel Leistung mit dem Laptop, weil ich da mit Videos rendere auch, ja. Und damit arbeite, logischerweise. Ja, auf dem Desktop sind nur Games drauf. Nur Games! 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 Zehn Terabyte Festplatte, nur Games! Ernsthaft? Ich hab zehn Terabyte, aber das sind nicht nur Games, Spiele sind vielleicht, dass es mal 800 Gigabyte oder so seid, ja. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber ich glaube, bei mir würde es eher meine gesamte Sammlung... Nee, das ist, wenn du Videos aufnimmst, ja, mit Fraps sind sie unkomprimiert, dass du für eine Stunde, zwei Stunden hast du schon mal 500 Gigabyte weg. Und dann bearbeist du sie so noch, ja. Ja, das ist noch richtig groß. Und deswegen hab ich, äh, zehn Terabyte Speichhor-Platz hier drin. Bisschen mehr sogar noch. Kennt ihr auch von Camtasia, da sind die Dateien auch immer für zu groß. Ja, und die sind sogar noch komprimiert, ja. Also die Uncompressed-Fraps-Videos, die sind noch deutlich größer. Farps. Pardon my heart. Also, deswegen eigentlich auch. Für Videoproduktion brauchst du halt einfach viel Platz. Das ist so. Aber auch Games! 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 Ey, mal gucken, wie viel Speicherplatz ich benutze. Games! Games! Ich guck gleich auch mal. Ich hab so mindestens, alleine schon durch Ork, 270 Gigabyte. Belegt. Tja. Ich weiß es bei mir gar nicht, wie viel es ist. Ich hab eine extra dedizierte 2 Terabyte Festplatte, wo ich nur Spiele drauf installiere. Ja, die ist bestimmt immer zur Hälfte voll. Auf meiner Primären Festplatte, die ist ein Gigabyte groß, hab ich quasi... Ein Gigabyte? Ein Gig. Auf meiner 2 Terabyte Festplatte, die auch fast voll ist, hab ich auch meine halbe Steam-Bibliothek. Ja, ich hab eine 1 Terabyte Festplatte, also eine zweite. Eine 1 Megabyte Festplatte. Fucking great. Was? 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 Nein, auf jeden Fall hab ich so gut 900 Gigabyte für Spiele. Belegt. Belegt. Ich rede mehr, dann hast du auf jeden Fall mehr belegt. Dann lad dir Ork runter. Ich hab Ork runtergeladen. Ich lösche auch alte Spiele oder Games, die ich nicht zocke, natürlich, ja. Ich lösche... So ein Sperrmüll wie Sperrmüll, zum Beispiel, das lösche ich drauf. Das sind schon sortierte Spiele, die ich da drauf hab. Ah jo. Ich hab ja erstmal zu Weihnachten eine neue Zeit, die auch bald Festplatte bekommen, also... Games! Oder die 34. Regel. Ich will wahrscheinlich auch bald einen neuen. Muss man in der PS4 die Festplatte verkürzen, das wär mal eine Maßnahme. Das ist zu klein. Für die ganzen VR-Games! Games! Games! Ja. Wow. Das bringt mir ja richtig viel. Das denke ich mir auch jedes Mal. Wie viele Bones hab ich jetzt? 155, ob das reicht? Nee, du hast 260. Bones! Oder Games? Nein, Games! Games! Ich tanze mich schon. Es gibt einen Trank, mit dem teleportierst du dich irgendwo hinten. Ja, das hab ich mal benutzt. Der ist so unnötig. Nein, der ist nicht unnötig, der teleportierst. Im Let's Play hab ich da mit ein paar geilen Sachen gefunden. Ja, wenn du alle wichtigen Dinge, wie zum Beispiel Hölle, Tempel und sowas schon gefunden hast, dann kommst du dann wirklich an irgendeinem Random-Ord. Aber wenn du die alle noch nicht gefunden hast, dann kommst du an einen dieser speziellen Orte, die du brauchst. Bei mir war's jedenfalls so. Na, ich guck jetzt grad mal auf meine Festplatte. Wie viel Speicherplatz du für Pornos brauchst? So, Steam und Origin. 878 Gigabyte Games! Ausschließlich, der Games-Ordner ist... Boah, Origin, Alter, Origin ist so... Ja, Origin ist drauf. Origin Games heißt der Ordner sogar. Alle Erweiterungen mit Battlefield 4 zusammen sind alleine schon, glaube ich, 200 Gigabyte gefühlt. Steam, ja, also ein Terabyte, fast ein Terabyte an Gemaze. Ich sag's jetzt mal. Äh, okay, gut. Bones lege ich jetzt da oben rein. Und dann, was fehlt uns denn noch? Was brauchen wir denn noch für... Metall, glaube ich. Ja, Metall haben wir ja auch in Mass. Knochen und diese Wirbel und was noch? Also hier, Bones! Und Wirbel! Ich glaube nicht, Seelen. Seelen, aber es sind doch drei Items, die du bauen kannst. Für einen brauchst du ja dann nochmal irgendeinen speziellen Giz, wahrscheinlich. Ich glaube, man braucht einfach nur Eisen, äh, Lichtseelen und, äh, Dings. Knochen. Ich check das gerade mal. Tu das. Der olle Guide kann's mir ja wohl sagen, der Penis. Ah, hängen geblieben. Surprise. Tschüss. Also, ich glaube, ich muss auch zwei Terabyte in die PS4 einbauen. Warum, was hast denn alles drauf? Games! Games? Ähm, ja. Ich bin da mal ganz kurz AFK. Okay, okay. Die VR-Spiele. Die ziehen halt irgendwann zu viel. So, mechanische Schädel können wir bauen. Mechanische Knorre. Schädel können wir bauen. Was gibt's noch? Das war's. Geht nur zwei Items, oder was? Ah, nee. Mechanisches Auge. Ah, Linsen! Linsen! Of course. Also, wenn ihr Linsen habt, auch in die Boss-Crab-Kiste. Die ist in der Arena. Ich glaube, ich hab noch eine. Eine? Ich hab noch zwei. Oh, great! Auf deine Augen! Boom! Boom! Guck mal, ich hab hier eine im Inventar. Das heißt, ich hab ohne in die Kiste bestimmt noch mehr. Ich hab neun. Neun? Super geil. Die Lauren, die Biatch, wohnt hier immer noch. Ja, die Linse ist verschwunden aus dem Inventar. Das heißt, irgendwo... 26 Stück. Ja, da geht doch was. Mir ist ein Silbermünzen. Damn it! Sehen genauso aus. Bitches. Geile Linse. Silberlinse. Silberlinse! Lol. What? Oh, wo hab ich die denn versteckt? Pilzstuhl. Ah, guck mal. Mechanische Schädel und eine mechanische Burm hab ich sogar hier drin. Ah, 15 Linsen. Okay. Gut, die hau ich auch da oben rein und die Seelen auch. Do it. I'll do. Also, wir können schon zweimal beschwören. Das ist ja schon mal nicht so schlecht. Was für Scheiß. Ach so, das sind deine Spinnen da. Hm? Ach so, ja. Lololol. Lol. Aha. Okay, wir können also jetzt jeden mechanischen Boss einmal beschwören. Oh, thanks. Bitte. Ich zieh das jetzt aber mal hier weg. Ich mach die Kiste. Oh, Scheiße. Letztes mal woanders hin. Was war denn das? Da hat sich doch gerade zerrissen. Lang so. Games. Games. What the shit is going on here? Ja, der Typ ist auch noch nie wieder gekommen, ne? Noch nie wieder. Das stimmt. Vielleicht hat er noch ein paar Linse. Ohne Scheiß hat er. I'll take him. Wie viel. 15. 15. 15? Der hatte ja mehr als ich und der war nur einmal dabei. Ja. Sonst ist eigentlich nur Giz da drin. Beschwörungsschaden. Also hier ist ein bisschen Zeug drin. Ich weiß jetzt nicht, ob der nochmal wiederkommt. Was zur Hölle? Aber was sind das für Dinger? Träumergul. Träumergul. No more. No more dreaming. Ja, ich bin noch durch ein paar Videos gegangen, wo ich dabei war. Und mein liebstes Kommentar, was ich jemals zu einem deiner Streams abgegeben habe, war bei The Walking Dead. Lee, würde dieser Ort gefallen? Ja, es gibt nur ein Problem. Lee ist tot. Ja, das habe ich geschrieben und dann hast du gelacht und gesagt, das ist jetzt gemein. Ja, das stimmt. Keine Ahnung, kann schon sein. Zu viel Game Content. Zu viele Games. Kein Überblick mehr. Ich habe auch keinen Überblick. Ich habe in meiner Steam Bibliothek 138. Habe ich ja mehr. Wie viel hast du? Over 9000. Nee, keine Ahnung. Ich kann ja mal gucken. Ja, du kannst es sehen. Ich kann aber auch selber gucken. Moment, das ist dick. Ich bin der erste, du hast 161. 161 zeigt er mir hier an. Mir zeigt er 162 an. Dann lügt es ihm dich an, weil... Marius, guten. Ich habe 43 Spiele. 43. Ja. Armer Junge. Nee. Das waren alle die Spiele, die auf meinem alten Laptop noch gingen. Also das waren sehr, sehr... Oldschool-Stuff. Ja. Hast du jetzt meine Zone eigentlich nach unten schon erweitert? Ja. Äh. Nein, habe ich nicht. Ah. Gib mal ein. Slash RVN. Ich habe keinen Exzess. Ah, schade. Okay. Weil sonst würdest du sehen, wo deine Zone ist. 109. Ich habe mehr als 139 Karton. Ja. Aber ich muss ja mehr und mit jedem Crap kaufen. Obwohl da auch schon viel Crap drin ist. Ich muss mir mal meine Wunschliste angucken. Da ist viel Crap drin. Du hast in Steam die Zahl 308 stehen. 308 Stunden gespielt insgesamt, oder was? Nein, Quatsch. Schon klar. Was wollte ich jetzt gucken? Games! Holz. Holz! Auch in Ordnung. So, wir können zwei mechanische Bosse ranhole. Ich hole jetzt erstmal ein Auge. Der Lamna ist durch den Boden gebackt. Gut. Wie kommt der da rein? Das ist ein Besucher. Tür ist so. Games. Bam! Jetzt wurde ich von einer Fee geschlachtet. Die Lagunas letzte Worte werden Games sein. Jo, vierstellig ist sie bei mir bestimmt auch. Scheiße. Hutlulu! Bis. Hutlulu. Bisschen von dem spasst. Soll im Ruf passen. Alter, hab ich den gerade weggebasht, oder was? Was ein Opfer. Was ein Opfer. Sponsor bei mir im Haus. Weiß ich selbst nicht. Ach, schnell. Das hatten wir letzte Mal schon, ne? Ich hab jetzt Gorn kommt eigentlich deaktiviert. Muss ein anderes Bett, äh, Ding. Dann geh ich bei der Guna. Wat? Ha! Was machen? So, lass uns da die Bosse machen. Ja, das war's. Ne, wir machen jetzt nicht die mechanischen Bosse. Wir haben noch nicht dieses Equipment. Wir müssen uns erst mal, buckle up, bitch, mehr Gear erstellen. Ja, du hast das Artefakt noch, ne? Was für ein Artefakt? Das ich brauche für meine Rüstung. Das verbotene Fragment. Ja, ja. Hab ich gerade ne Müll geworfen. Hast du nicht. Bist du dir da sicher? Hm. Wirklich? Jetzt hast du es gemacht. Aber du hast es wieder rausgeholt, denk ich. Hä? Hä? Really? Da ist grad jemand verreckt. Ich. Ja. Ich, ich. Nice. Warum tust du sowas? Das ist verbotene Fragment nicht weggeworfen. Ich seh's doch da. Wo? Kann ganz sein. In deinem Inventar, sag ich's. Das ist zeitlich verschoben. Du weißt ja, dass du es nicht in Echtzeit langst. Das ist trotzdem in deinem Inventar. Hä? Du? 6.253 Stunden Games gezockt. Ich fass es nicht. Snowghost, yay. Das ist Slender. Ja, Karton. Du hast das im J-Yard geschrieben. Das ist klar nicht. Wo bist du denn, Void? Dann hol dir doch mal dein Fotzenfragment. Ja. Mann, jetzt musst du ja auch noch in der Hell laufen, oder was? Komm her. Da. Schiebst du ja. So. Tschüss. Jetzt hast du zwei. Ja, wir brauchen nur noch eins. Games. Games. Viel scheiß Titan. Achso. Alrighty then. Also. Viele Games sind auch nicht verkehrt. Ja. Wo ist denn hier ein großes Holy Gebiert? Bei mir sind es 2000 Stunden. Hm? Was? Hast du dich mal umgeguckt? Nee. Holy Gebiet? Unterirdisch. Achso, hier wo ich bin. Wo zur Hölle? Games? Games. Yo, Snowghost. Danke fürs Folgen. Robin ist nicht abgeprallt. Natürlich nicht. Schon wieder. Schon wieder. Ich wollte es nicht sagen. Weil unterirdisches Holy-Gebiet ist relativ... Hä? Ja, wo ich bin, ist unterirdisches Holy-Shit. Echt? Das klingt gut. Dann komme ich doch direkt mal zu dir. Wehe, das stimmt nicht. Da wo du bist. Wo bist du denn? Viot. Viot? Nee. Teleportieren nach Robin. Teleportieren nach Void. Yay! What up? What up? Alter, das ist aber fucking Wüste. Nicht cool. Ja, du könntest joinen, aber dein Inventar wird leer sein und wir sind schon im Hard-Mode. Das wäre zu überlegen, bevor du joinst. Ja? Weil wir haben Server-Side-Characters, dementsprechend wird... wird, äh... Willst du mit einem frischen Inventar hier anfangen und nur auf dem Server und... Wie gesagt, ja, wir sind schon im Hard-Mode. Das wird verdammt schwierig für dich da nachzuziehen. Alter, was? Also, unterirdische Würste ist nicht gut, oder wat? Bitte was? Unterirdische Würste ist nicht gut, oder wat? Würste! Würste! Unterirdische Würste! What? Weiss nicht, sehen wir gleich, ob das okay ist. Ist das Holy? Ja, das ist Holy. Holy Wüste! Holy Wüste! Holy Wüste! Vorduin! Komm wieder hin, du! Dingies, ha! Weck, Pest, Opfer! Opfer! Ha! Du auch! Komm her! Basilisk! Widerstandsfähiges Fossil! Kann platziert werden Material! Not bad! The Crap! Boom! Ha! So sieht's aus! Der Heck! Hätte schwören können, dass da was ist, aber nein! Radiumhütte endlich aufzuzucken! Von Monstergeist! Good, Deutsch! Good, Deutsch! Good, Deutsch! Das kann man nicht umsetzen! Das kann man nicht umsetzen, das ist wohl wahr! Ey, Brauerei Jizz! Proving Jizz! Ansonsten, wenn du joinen willst, Ausrufezeichen IP in the Chat und dann kriegst du die Serveradresse! Aber sei gewarnt! Wie gesagt, das ist schwierig jetzt noch nachzuziehen! Ich habe die Hälfte des Tages geschlafen und bin trotzdem müde! Hast dich müde gepennt? Nein, ich bin krank! Sick! Ah, fuck! Deswegen konnte ich auch den halben Tag schlafen! Ah ja! Wir sagen können das schon mit der Ferienseine oder so, ein Schnutz! Genau! Als ob die uns das gönnen würden! Morgen habe ich nur drei Stunden, denn morgen kriegen wir halbjahres Zeugnisse! Crank! Kriegen die, also Montag haben sie Zeugniskonferenzen, Montag habe ich frei! Also wenn die bei uns Zeugniskonferenzen haben, haben wir immer nur einen Trotzen in die Schule! Ich meine, oh wie schlimm! Bitch! Ich bin müde, habe ich doch gesagt! Ich bin müde, habe ich doch gesagt! What? Oh! Stimmt, den habe ich ja ganz vergessen! Den gibt es ja auch noch! Robin wurde aus Laguna Terraria Community Server entfernt! Von roter Laser! Von rosa Laser! Warum wurdest du entfernt, hä? Nein, der wurde getötet! Achso, ich muss gerade sagen! What? Der Server hat gar keine Rechte zum Kegel! Zum Kegel! Nein, das ist sowas, je nachdem wie deine Welt halt heißt! Ja, so heißt es! Da steht dann, Minecraft Kiddo 2003 wurde aus mega coole Welt, die fast genauso geil ist wie Minecraft entfernt! Nein! Deiner Mutter! Mierenkräft! Mierenkräft! Uraltes Hör! 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 würde ich sagen ja. Ist aber wiederum abhängig von deinem System an sich, ob es nur die Grafikkarte tut oder ob es eventuell nicht auch noch an was anderem liegt. Zum Beispiel Prozessor oder Arbeitsspeicher. Der Arbeidsspeicher. Erste Hilfe Taché. Ja. Karsten heißt es. Karsten. Obwohl es nicht so ist. Karsten. Karsten. Star. Der erste Hilfe Karsten. Hallo, mein Name ist Karsten. Ich bin hier um ihn zu helfen. Shit. Aber Grafikkarte ist auf jeden Fall schon mal ein guter Ansatz. Dafür sehr wahrscheinlich. Obwohl ich sagen muss, ja, bei mir läuft es besser. Deutlich. Obwohl meine Grafikkarte auch so alt ist. Aber es ist halt kein Vergleich zu deiner. Ja, musst du abwägen. Du musst gucken, was du für einen RAM hast und für eine CPU. Was für ein Mainboard. Und aufgrund dessen würde ich die Entscheidung treffen, was abgecredet werden muss. Das kann man nämlich so pauschal eigentlich nicht sagen. Heißt das nicht Motherboard? Das heißt Mienboard. Okay. Kreft. Motherboard. Wir sagten sowas noch. Ist voll der Oldschool Begriff. Das hat mal ein Informatiklehrer gesagt. Ja, das wundert mich nicht. Wir haben jetzt einen anderen. Der ist bestimmt alt. Ja, und der ist dumm. Ältere ITler sagen nämlich sowas. Motherboard. Motherfucker. Geht ja gar nicht, ey. Ne, finde ich echt. Also, ist ein Unwort. AMD, A10, 3, 5, 8 GB. Ja, gut. Guck mal, der RAM könnte auch was vertragen. Jetzt ist die Frage der Taktung vom Arbeitsspeicher. Wie schnell ist der getaktet? Und wie viele Kerne hat die CPU? Kann ich jetzt nicht ersehen. Ich könnte nachgucken, aber... Ja, weil generell 8 GB Arbeitsspeicher sind nicht gleich 8 GB Arbeitsspeicher. Du verstehst? Da gibt's Unterschiede. Es gibt hier keine Holy-Lied mehr, ne? Auf der Seite. Ich seh das gerade. Yeah, yeah. That little shit. Mit Glück im Task Manager. Wenn du Windows 10 hast. Aber wahrscheinlich ist es nicht ganz so einfach. Dann brauchst du spezielle Programme oder im BIOS kann man's sehen. Es gibt ein Programm, das heißt CPU-Z. Wenn du das runterlädst und ausführst, dann zeigt er dir alle Taktraten vom ganzen System an in diesem Programm. CPU-Z. CPU-Z ist allerdings englischsprachig. Welcher Gamer kann denn heutzutage kein Englisch? Ich kenne genug Leute, die kein Englisch können. Das ist immer noch nicht so selbstverständlich, wie ich mir das selbst sogar vorstelle. Ich kenne nur 30 Menschen, die kein Englisch können. Meine Gameraden und meine Oma. Deine Oma? Ja, meine Gameraden. Nein! Fuck! Okay, wir können immer noch Bosse beschwören, aber ich brauche ein Holy-Gebiet. Shiat! Robin has left. Aus irgendeinem Grund geflogen. Okay. Zu oft gestorben, wahrscheinlich gebannt, ja? Nee, ich glaube, das liegt an seiner Verbindung. Ja klar. Du kannst mal in Team grün gehen, dann erkennt man dich auch. Wenn du nicht eben schon da drin warst. Dacht ich mir doch. 4 mal 3,5 Gigahertz. Ja, das geht auch schon an die Grenzen. Wie alt ist denn der PC überhaupt, Zoom-Effects? Meiner ist anderthalb Jahre. Ungefähr. Fireworks! Ja, das steht da. Das ist aber nicht die Taktung. Das ist klar. Ja, dann geht es mit dem Tool, was ich gesagt hatte. 3 bis 4 Jahre. Ja, das ist halt schon eine ordentliche Hausnummer. Ist halt fraglich, ob es sich überhaupt lohnt, nochmal aufzurüsten. Wahrscheinlich schon. Aber... Schwierig. Ich habe es halt nicht so mit AMD-CPUs. Deswegen kann ich jetzt schlecht abschätzen. Wie geil diese CPU noch ist. Ich könnte meinen Kumpel fragen. Der hat einen AMD. Und der kennt sich damit auch ganz gut aus. Das meine ich nicht. Für mich kann ich es nicht abchecken. Wie... Oder... Achso. Ja, wie gut die CPU noch ist. Für mein Verständnis. Dann kann ich ihm ja nicht helfen. Ja, aber ich könnte, theoretisch gesehen, morgen in der Schule meinen Kumpel fragen. Der sagt mir das. Und dann komme ich morgen wieder in den Stream. Nimm er auf und dann sage ich ihm das. Oder dir. Das könnte man natürlich tun. Das ist halt die Frage wie aussagekräftig, das dann im Endeffekt ist. Weil... Ja. Ne. Aber... Ich denke schon, dass das geht. Seelen des Lichts. Ornmas. Das ist ja ein Traum. Wo ist denn mein Pilzi eigentlich schon wieder? Was zur Hölle? Leck mich doch am Arsch. Leck mich doch am Arsch. Hallo. Hallo. Gesundheit. Was? Ja. Das war mein Hund. Ja, ich weiß. Sag doch, Gesundheit. Zitat. Ich brauche mal kurz so eine Aufmerksamkeit. Unten im Keller. Ja, wir müssen dein Fahrrad mal reparieren. Wat? Was? Wir hören dich, ne? Was? Was war mein Fahrrad? Möööö. Möööö. Mööööö. Ich bin ein Ziegel. Fuck, Ben. Hat er eigentlich gerade irgendeinen Boss gemacht? Oder... Auge von Chuchu? Aber das normale Auge. Naja, das kann ich's. Eben. Wollte nur gucken, wie lang es lebt, wenn es überhaupt ankommt. Und als es in meiner Reichweite war, hat es circa 10 Sekunden noch gelebt, ja. Wofür ist das scheiß Wiesel-Fossil gut? Das kann man nicht mal benutzen zum Craften. Spärmüll. 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 Robin konnte das Feuer nicht löschen. Fuck. Fuck. Sucks to be you. Hat es kein Feuer da schon gehabt, oder wat? Oh, fuck. Oh, fuck. Ich bin mir bei einem Hochspacken. Da hab ich mir gefühlt alle Gelenke gebrochen, die es gibt. Wo gibt's? Preise. Geld her. Jawohl. 19 Gold. In meine Hose. Ich brauche mehr Holy-Gebiet. Ich schwärm am Haus. Auf Skype. Ja, laguna.lets.play Auf Skype. Allerdings bin ich mir noch nicht mal sicher, ob ich mir das schon überhaupt mal runtergeladen hab inzwischen wieder. Ob das überhaupt mal installiert ist. Müssten wir gucken. Aber ja. Laguna.lets.play Hast du das bei Windows 10 nicht Standard installiert? Nee. Irgendwie ja. Nee, ich hab's direkt runtergeschlossen. Ach, hier ist keine Pick-Run. Jetzt keine Duke Pick-Run. Bacon! Warte mal, lass ich mal überlegen. Ja, ich brauche mehr Holy-Gebiet. Ich brauche deine Boxen an. Das hat aber ein paar Seiten. Du kannst allerdings auch einen Bericht erstellen und eine Textdatei speichern, glaube ich. Das könntest du mir auch schicken. Oder einfach mit Discord-Share beitreten. Oder einfach mit Discord. Das ist richtig. Und das geht über das Internet. Das geht über das Internet. Das gibt's über das Handy, das gibt's über das Handy, das gibt's über PC. Und du wirst bekommen, geht's auch. Boah, scheiße. Was bin ich so müde denn? Ich hab doch heute gar nichts gemacht. Ich hab damit mal gearbeitet. Ich hab damit aufgelöst. Was? Na? Oder? Nicht viel besser. Wow, hier sind Holy und Corruption direkt nebeneinander. Holy Corruption? Das einige sind blutige Steiners, andere sind Schwudelsteiner. Nice. Ach, Schwulenwitzel, ich liebe sie. Warum? The fuck? The fuck? The fuck? Dass du schwul bist. Ah fuck, ne die Pointe hab ich verkackt. What? Ne, ich hab mir irgendwann mal so ne Pointe aufgeschrieben. Achso, ich hab Pointe verstanden. Ah! Ah, sorry. Eisen. Brauch ich nicht. Vielleicht. Eventuell. Nix, guten. Bin noch nicht erneutbar. GG. Oh man, ich schlaf gleich ein. Du musst jetzt gehen hinterdrücken, sonst wirst du noch müder. Was ist Glück? Ich geh doch gleich ins Schwimmbad. Also. Ich steh im Teil des Sonnassers. Ja, das ist nicht schlimm. Hm, da jump ich erstmal in die kalte Brühe und dann geht er sie dann. Was für die Brühe warm ist? Hm, weiss er nicht. Dann kriegen wir ne ganz ordentliche Heizrechnung. Es ist beheizt, aber abends nicht mehr. Ich denke auch nicht so krass. Ne, definitiv nicht. Komm, wir gehen nur das riesige Schwimmbad mit 50 Grad. Ja, ich. Ich. Dann hab ich hier was für dich. After Effects. Hast du das denn allgemein geschickt oder nur in Laguna? Drei Mal darfst du raten. Nur in Laguna. Ich hab's nur in Laguna geschickt. In. Ekelhaft. Gut. Gut, dass ich nix davon gemerkt hab gar. Dass du das in mich geschickt hast. Ja. Hausbote kam noch nicht. Au. Au. Das ist auf zwei heute. Lol. Pst. Gibt's nur diese wunderschöne eine Playlist, die wahrscheinlich jeder hier kennt. Weh. Alter, ich kann nicht aufhören. Ja. Scheiße. Warte mal, ich trink mal meinen Kaffee. Warte mal, ich trink mal meinen Kaffee. Lol. Ich kann heute ausschlafen. Ja, das mach ich, wenn ich tot bin. Ausschlafen. Übermehrtet. Ich hab nur drei Stunden Schlaf die Nacht bekommen. So. Und ich muss am Sonntag nach Düsseldorf fahren. Oh, ich bin morgen. Darm geil. Ja, ich weiß nicht, ob's morgen noch da ist. Ich hab mir morgen auch keinen Bock in die Schule zu gehen. Täh. Ich glaub, bei mir ist es langsam weg. Also muss ich morgen übermorgen ausschlafen. Ha, stimmt. Ich hab auch noch meine Handy verkackt. Damit ich am Sonntag nach Düsseldorf fahren kann, so. Buh. Warum fährst du denn nach Düsseldorf? Ich kann. Nee. Ich muss. You know? Genau. Ich wär auch mal in Düsseldorf. Echt? Nee, ist gar nicht so lang her. Great. Ich wär auch in Düsseldorf. Wir brauchen hier hin. Da gibt's auch nichts zu sehen. Das war von Klassenscheiß. Da ist Tauchermesse nix. Also, Messe. Also das einzige, was es in Düsseldorf gibt, was mir gefallen hat, war, dass man sein Handy da kostenlos aufladen durfte. Wow. Ja, nix. Ganz genau. Wie gesagt, Tauchermesse. Ja. War ich letztes Jahr auch schon. Immer zum selben Wochenende. Aber diesmal muss ich fahren, das geht mir halt nicht ab. Ich fahr vor zwei Jahren auf der Leipziger Buchmesse. Leipzsch. Ja. Okay. Ich mein, ist die naheliegendste Option für mich. Wenn man weiß, wo ich wohne. In der Nähe von Leipzig. Lol. So, 130 Kilometer entfernt, ja. In der nächstgrößeren Stadt. Buchmesse, da war ich noch nie, ne. Ah, nein. Jetzt geht das gleich los. Na, ich bin noch... Na, ich bin noch halt mit der Klasse hören, weil wir mussten. So. Ja. Aber da gab es auch so eine geile Nebenveranstaltung, nennt sich Manga Con. Oh. Ja. Ja. Macht ja Sinn. Ja, klar. Herr Pissling. Herr Pissling. Ja, er ist wieder da. Da haben wir dann auch quasi die ganze Zeit einfach damit verbracht, irgendwelche Spiele zu zocken, wie es dort gab. Ja. Ich gehe immer nur auf dem Weimarer Zwiebelmarkt. Yay. Ja, der robbed. Gibt es auch irgend so eine Stadt in Meckpom, die nennt sich die Blaubeerstadt. Echt? Ja. Sagt mir jetzt gerade mal nichts. Ich weiß ohne, wie die heißt aber auch. Äh. Wollt. War ja klar. Ah. Wollen wir mal einen Boss probieren gleich. Ist langweilig und irgendwie ist hier zu wenig. Ah, ich hatte eine Idee. Ich weiß, ich werde einen Boss machen. Jetzt kommen wir mit Papa Schlumpf oder so. Ja, auf WhatsApp, genau. Das ist eigentlich sogar noch einfacher. Schickt mir das Bild per WhatsApp. Äh. Ja. Die Nummer steht ja da unten, da unterm Stream. Das kannst du tun. Brauch ich vor allem nicht. Was? Falls du immer mal so ne geile Rüstung hast wie ich, Anime Freak, kannst du das drauf machen. Wo ist denn der ganze Holy Crap. Holy Fab alter. Ui Fab. Fab. Fab on this. Oh. Wollen wir mal einen Boss machen? Ich habe nämlich gerade ein Item in der Hat. Obwohl, ne jetzt kann ich ja nicht fangen. Jetzt gerade nicht. Jetzt muss ich gerade mal durch Scheiße sortieren. Nach Dicke oder nach Farbe? Nach Konsistenz oder nach Farbe? Jizz. Habe ich... What? What the heck? Was zur Hölle war das? Ah. Ja. Hast du Dungeon Defenders gespielt? Ja. Mal angespielt. Ja. Dann wirst du wissen, was das ist. Äh. Gerade abgelenkt. Warte mal. Warte mal. Wo ist denn der ganze Scheiß, Alter? Ja. Ja. Freut. Fesse. Äh. Irgendwo Eisner da. Jawoll. So, drei mechanische Würmer und zwei mechanische Augen habe ich rausgeholt. Awesome. Was ist der Rest da? Wir haben jetzt drei mechanische Augen und vier Würmer. Schädel wäre noch gut. Für Hard Mode Dungeon. Muss ich aber noch sehen. Das Licht ist Farben. Ich sehe schon. Alles klar. Gut. Ich weiß schon mal, ob ich Arachnophobie habe. Arachnophobie? Ja. Okay. Boah, hör auf mich anzuwächsen. Wie war's? Wie war's? Gastropod. Wisst ihr, was Gastrophilie ist? Äh. 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 Sorry. Was ist denn heute los? Äh. Ich hab, ich bin eigentlich ausgeruhter als sonst. Ach, dein Vater bläst jetzt? Okay. Was? Der bläst schon, schon länger. Der bläst schon eine ganze Weile. So krank es sich anhört. It's true. It's so true. I'm just in my pants. You see, Anime Free Chaos. Free Chaos. Baut das eigentlich noch mal jemand weiter? Nee. Nee? Echt nicht? Ich hab keine Berechtigung darauf. Wieso nicht? Nee, echt nicht? Nee. Lol. Wie heißt denn dein Char? Robin. Ah, deswegen. Warte, ich geb dir die Berechtigung. Scheiße. WTF? Warum weißt du sowas? Ja. Internet, ne? Er kennt sich aus. Ah, ja. Dann ist ja alles klar. Pornhapologe. Pornhapologe. Neuer Studienberuf. Warte. 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 Welche Karte? Welche Karte? Ah, ja. Hier. Ja. Das mach ich den genau. Achso, ich wollte... Seelen des Lichts klar machen. Alter Scheiße, das ist ja schnell. Ja, das auch. Woooo. Gäder. 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 Loll. 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 Marquis. Und... Wer noch? Noch irgend so ein Jagon. Ups. Ah. Gunpowder Gary. Heißt der echt so. Schmeißen ne Party. Da geht's voll ab. Babytrüffel. 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 Fab. Unfabulous. 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 Ich fabulous. Fabs los. Ja. Hammer geil. Oh. Wer feiert hier? Bitte wenn es ist nicht Void. Der wird ja gerade geblasen. Ah. Au. Fucking Trap. It's a fucking Trap. Und schon wieder reingerannt. Ich fass es nicht. Oh ja. Mehr Licht. Please. Ich sterbe öfter als ich will. Es lief es. Das bessert sich mit der Zeit. Oder auch nicht. Du hast es mir geschickt. Okay cool. Ich guck später mal drüber und dann sagst du Bescheid. Halloween. Halloween. Sind die überall Ballons? Ja da geht die Party sagst du. Die Gunpowder. Bobbys. Und noch irgendjemand. Meise. Party. Keine Ahnung warum. Die unnötigen. Come over here. Ach hello. Oh Gott. Hello hello. Ja kein Problem. Ich bin der Mike. K. 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 2v. B's done. Jaaaaaah. Jetzt können wir mal halt im Krieg scheiße dauerung. BTF? Warum? Ich bin dräunig! Okay, cool, nicht mehr. Schwanzdrache! Okay, okay. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Der Clancy Minator. Oh, der Penis. Wow. Ich will doch nur Seelen des Lichts, damit ich mehr Dreck baue kann. Komm schon. Seelen der Nacht habe ich jetzt auch nicht mehr so viele. Jetzt machen wir mehr Holy Gebiete. Ah, Steampunker. Haben wir schon den Steampunker? Glaube nicht. Schade. Ah, ja. Wir müssen einen mechanischen Boss. Ja, es wird Zeit. Sag ich doch. Hell yeah. Hell yeah! Hell yeah! Oh, guck mal, mechanischer Wurm! Mach! Ich will... Ich will dann endlich einen Wurm. Ach so. Äh... Kannst du mal auch der Passiv wieder beitreten? Art hey! Auch noch. Warte! Warte. Ich bin gerade im... Außen. Okay. Art hey! Und jetzt kann ich auch mal... Und jetzt kann ich auch mal... Troom's. 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 Äh... Äh... Was will ich hier? Ah, ja. Und jetzt hier bitte Godly. Ich hasse mein Leben. Okay. Und obwohl ich es wenigstens noch plus 19 damage. Es kann doch nicht sein, dass es so wenig unterirdisches Hollow gibt. Seriously. Serious. Fuck. Tja, man kann sich ja auch den Clemen... Clemencinator kaufen. Dann? Dann kannst du halt dann verschiedene Lösungen reinmachen und die kannst du dann überall pritzen. Ja, das kann ich ja aber doch auch mit Perlsteinen einfach. Theoretisch. Weißt du nicht das mal? Ja, aber Clemencinator kannst du auch andere Biome quasi ersetzen. Also quasi auch Corruption. Ach so. Na gut. Und der kostet nur 2 Silber. Okay. Okay. Ich weiß mir gar nicht, wie viel gerade die Lösung kostet. Doom die Doom. Nein. Bixi. Die Bitchi. Bitchi. Was? 2 Platin? What the hell? 2 Platin, sagt er. Void. Hushitting. Lose to Lucic! Ah! Wenn er das Teamprogramm hollow lietzt. Sterb! Sofort! Mann, 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 Mann. Wenn Void nochmal wieder in Discord kommen würde, dann könnte man mal einen Boss versuchen. Er kann uns ja wahrscheinlich hören, aber nicht reden. Das ist aber nicht gerade optimal für so einen mechanischen Jagger. Der Mecha Jagger. Nein, 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 nicht wenn du nicht hier drin bist. Mal versuchen ist keine Option. Pille. Sonst. Abmahnung. Ey, das Heci feiert auch Party mit. Oh, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Noch Sael? Ja, klar hab ich noch Sael. So. Sei L. So. 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 Okay, ich brauche Bloodroot, Marigold und Kuchignalbeetle. What? Die Immersion ist auf jeden Fall jetzt rein. Einhorn! Einhorn! Games! Nur Uno ist da. You never take me alive und das sollte ich nicht zu laut sagen. Bye! Beaches! Seil! Jetzt bei mir leckt Terraria gerade auch richtig hart. Nur weil ich so hart unterwegs bin. Ja. Oh. Woid. Wieod. So. Was? Ich hab grad noch irgendeinen geilen Farbton. Geil, Blue und... Was sind denn das für strange Wolken hier? Die sehen total abgefuckt aus. Was? Wahrscheinlich weiß es das auch sind. Ah. Na gut, das macht Sinn. Es ergibt. Jetzt. Jetzt! 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 Ah, komm schon! Okay. Get up there, you little pieces! Get up my ass! Nee. Echt net! Echt net! I put a whole bag of jelly beans up my ass. Eee. Ja. Nice. Komm, move. Move, move, move. So. Sorry. Und tschüss. Bye! Bye! So, aufpuzzle. Aufpuzzle! Wenn ich jetzt kein... Oder sterbelasse. Dann lieber aufpuzzle. Ah! Fuck! Ah! Soviel zum aufpuzzle! Funfucking hastisch! What? Funfucking hastisch! Indeed! Warum ist es denn so dunkel hier? Why? 20 Gold! Great! Stimmt! Living Flame! Fuck! Flame! Ja! Living Flame ist richtig geil! Wir müssen dringend mechanischen boss machen! Sag ich doch! Ja, dann lass doch einfach eh mal machen! Lolololololol! Ich mein weil, denn den Word Jump ist ja auch nicht so schlimm, ne? What? Ja ne, aber... What? Denn 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 denn... dut dut d Ich hab hier noch einen Top-Lol-Krieff-Haken. Ich wundere, dass ich kein Platz im fucking Inventory habe. Und noch ein Wurm. Den mechanischen. Den können wir jetzt sechsmal beschwören inzwischen. Den armen Sack. Mal gucken, was der droppt. His balls. Mechanical. Top-Lol-Kreif-Haken. Den lege ich jetzt mal in die Crab-Kiste da. Und ich stelle auch noch mal ne Boss-Kiste da hin. Okay. Soul of my. Was? Was kann die hier? Webstuhl. Webstuhl. Äh. Doppel-Kreif-Haken. Bye. Ah. Sehr interessant. So. Jetzt erstmal bisschen Holz. Niedermeer. Und Eicheln. Braah. Jr holes sast. Dragon brass blade. What? Dacht schon, geht so. all right all right all right die bäumchen mache ich auch noch platt okay what nice die party ist vorbei was das die party vorbei ist auf jeden fall scheiße ich bin zu spät gekommen ja aber auch die party ist vorbei morgen werde ich mich bei mir heißt die party ist vorbei morgen werde ich mich richtig scheiße fühlen stimmt hier ist der höhlenkomplex von mutter ich muss für morgen üben dann ist ja alles klar in dieser welt keine herzen mehr nie wieder niemals wieder okay ich meine wenn ich eins hätte bräuchte ich auch keins ist schlimm wer hat hier gekrabbt ach das war echt toll glück gehabt glück gehabt ja du auf jeden fall ja ich meine ich ja ich wäre beinahe draufgegangen ich will self roast self owned ja der fahrer der fahrer der fahrer der fahrer wo wo in den po deinem mutter ist fett was zur hölle was ist ich über die normale chat und du ihn hier was ist going on na denn dies mit dem höhlen system und der mutter den kenne ich seit ich kies vorgucke okay der macht halt im gefühl jeder arg folge den witz genau wie quantum's mama ist das so ja und die spielen gerade unterirdisch im hohlen system im hohlen system im höhlensystem ja heiloren ich glaube die heilerin sollten wir näher an die an die arena bringen ja wäre von vorteil da müssen wir auch vielleicht mal einen spawnraum dort irgendwo einrichten ja ja die kann in die pilzhütte mit einziehen oder weiter oben sogar braucht man also kein doch hat sie deswegen marginalpilz scheidenpilz 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 schpilz 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 ekelhaft get fucking owned mate get erect aaaah ok yeah nein ja nein ja nein ja nein ja ok ja wuhu das war großartig oh yeah schpilz 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 Parpian ding confirmation laguna steht auf den g Du stehst also auf jeden? Auf JEDEN! Fehl'n Schmutz Up your Bovo-Nippo Lecker Ja Wer ist denn der Marquis? Ach, der Gun-Trader flirtet also die ganze Zeit mit dem Triaden Finde ich ja sehr interessant Was sag' ich? Was sag' ich? Pumpkin! Wo haben wir hier einen Dschungel? Dschungelol? Links Okay Ich wünsche dir gute Glück für uns, ich werde nie zurückkommen Okay, bye Ich hab den Pilz getötet Das Pilz-Baby Ne, wie heißt er? Das ist einfach noch eine allgemeine Abtreibung Baby-Trüffel, gekillort I don't want it Money! Alter, ich krieg hier YouTube-Money What? Ja, ich krieg durch dich da oben YouTube-Money Warum? Ach so, das fällt da runter, ja kann natürlich sein Äh, lol Was ist das hier? Ähm, wer hat denn seine Wut-Ausbrüche gehabt? Wat? Bewollt wahrscheinlich, ey Ach du hast das Gebiet nicht protected von diesem einen Typen? Nee, das war nicht protected Ne, das war nicht protected Ich sag wo wo in den Po Fingern Po, Mexiko Fingern Po, Mexiko Fingern Po, Voidiko Guck, da sind sie ja Guck, da sind sie ja Also, geht doch Super Super Ah, super, alter Super, alter Und der Light Shard Ich wünsche in diesem Spiel gäbe es Turrets oder so ähnlich Fingern Po Das war geil Jo Dau auf Pau Okay 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 Wow Gastropoden Gastropoden Wat? Gastropoden Of course Ah komm, mechanischer Boss werde ich heute noch machen Hast du auch schon letzte Folge die ganze Zeit gesagt, also letztes Mal Ich? Ja Ich? Ja Ja Das stimmt Ich habe keine Angst dafür, dass sich das so zieht Ich will gerne noch einen Bogen haben, zumindest bevor wir den trägigen Wurm machen Dirty Bish Ein Horn Wie sie erst mal 80 schadlich bekommen Was ist die Soul of Love? 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 Das sind die zum Zielwechsel. Handel, Crackhole! Meine Güte, ey. Soul of Life hat von Sas getroppt. Wir waren natürlich. Stop tapping around! Au! Jetzt brauche ich erstmal noch eine Feuerfeder und brauche ich noch 20 Seelen des Flugs. Mindestens. Nee. Ich will jetzt erstmal Teufel töten. Also quasi... Wir Feuerflügel machen, oder? Ja, stellen wir Feuerflügel machen. Ich finde die sind geil aus. Ich meine, wir wollen bis ich diese schwulen Fledermausflügel. Pff. Die sind am einfachsten herzustellen. Wings, 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 Wings. Na, du hast die Angel und die Demon Wings. Was brauchen wir für die Angel Wings? Da brauchst du 25 Seelen des Licht, 10 Federn und 20 Seelen des Flugs. Lecker aus. Von wegen, die sind einfacher herzustellen. Für die Angel Wings nicht, die anderen, die Fledermausflügel. Die Demon Wings, die brauchen dasselbe, bloß anstatt den... Fledermaus, die normalen Fledermausflügel meine ich. Bad Wings. Da sind ja die Demon Wings. Bad Wings, nicht Demon Wings. Ja, gut. Broken Bad Wings und halt 20 Seelen des Flugs. Hey. There you go. Ja, wow. I'm Batman. Thanks for following. I'm Batman. Games. I am Groot. Ja, das auch. Amitrier. Nothing happens. Titan. Wo ist hier Titan? Titan. 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 Ah. Wo zum Fick ist hier Titan? Warum steht hier 100... Was ist denn das? The Compass? 1, 3, 3, 8 Grad Leertaste. What? Lizard. 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 Ey, nicht spucken. Das ist eindeutig ein Übersetzungsfehler. Ja. Die schicken halt alles in Google Übersetz ein. Leertaste for the win. Ich meine, what the hell. Alter. Ich brauche einen Red Devil. Keine Imps. Keine Gimps. Bits. 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 Ja, ich gucke auch mal, was da jetzt aussieht. Boah. Hm. Drei Bluffste Raten. Man, die Red Devils sporen. Ach ja, richtig. Hast du zwei gesegnete Äpfel. Und einen mechanischen Boss. Ich wollt. Ich. Gif. Gif. Du hast das jetzt aber nicht fallen lassen oder so. Ah. Ich will auch ein Einhorn. Danke. Warte, ich komm hoch. Horsey. 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 That's right. Ah ne, H war falsch. Das ist ne R, ne? Horsey. Horsey is back. Au. Und pass nicht durch die Tür. Horsey sucks. My ass. Das auf jeden Sinn. Horsey in the house. Finally. Ich curry in the house und Horsey. Horsey. Oh Gott. Was geht hier? Engelsflügel. Okay. Feenflügel. 100 Pixi Staub. Harpienflügel. Riesige Harpienfeder. Schmetterlings Staub. Noch ein Flügel. Das hat doch Style. Na, ich mag die Feuerflügel. Aber wie gesagt, kann man eine Feueraufbau rein. Du hast recht. Die Feuerfeder sieht am besten aus. Hm? Schaurige Flügel. Röderflügel. Käfer. Hoverboard. Hoverboard. Pilz mit. Pilz mit. Ja, Hoverboard ist doch geil. Das heißt Pilz mit. Willst du dich verarschen auf Deutsch? True Might. Pilz mit Barren. Pilz mit. Pilz. What the fuck? Barren. Aber geil. Angel Dust brauche ich nicht. Das verbrauchen wir nicht. Ich nehme glaube ich die Pixi Flügel. Das sieht zwar gay aus. Aber passt ja zum Char. Das ist auch übel gay. Das passt zu dir. Zum Char habe ich gesagt. Pilz mit Barren. Was? Ich hör dir zu. Hi. Was? 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 Die Nurse umsiedeln. Wohin? Du solltest die Nurse umsiedeln. In deine Hose. Du musst mir schon sagen, wohin die Crackschlampe umsiedeln soll. Wahrscheinlich in deinem Haus. In mein Haus? I don't know. Pilz mit Barren. Dann. Ja gut. Wo gibt es denn die Feuerfedern? Wo werden die denn gedroppt? Diese Feuer. Was? Die werden nach dem mechanischen Boss in der Hölle gedroppt. Danach. Ist doch scheiße man. Das ist doch. Hast du noch einen anderen mechanischen Boss? Pilz mit. Hast du noch einen anderen mechanischen Boss? Oder muss es jetzt? Was? Was? Obwohl nicht viel Ei hat. Fürs Auge brauchen wir ja auch noch. Für die Swims. Ah jo. Da im Afrika. Warum habe ich keine Knochen mehr? What is this Sorcery? Lebra? Ja. Wut an! Wut an! Wut an! Hilfe! Nein. Ich stehe da nicht so drauf. Pilz mit Barren. Wut an! Okay. Jetzt will ich das Vieh töten. Dahin wo du bist. Das ist ja noch abgelehnt. Jetzt will ich das Vieh töten. Wut an! Wut an! Die Boot! Bro! Pils mit Barren Wie viel fucking Fairy Dust hatte ich denn eigentlich Angel Dust Wie viel habe ich denn Noch ein Apfel Alter, drop like ischt Okay, that's great Pils mit Barren Komm her, you fairy crack bitches Du hast 66 Angel Dust That's great Lutsch mir den Jagon Wie wär's damit, Void Jagon lutsche lasse Oh oh, Horsey Oh, fuck Kam sogar hier rein Ich möchte mal für alle Also für alle noch Verbleibenden Zuschauer Anmerken Laguna Will seit Zwei Streams Einen mechanischen Boss machen Und jetzt sagt er selber Oh nee, wir können auch Einen mechanischen Boss machen Ja, seid ihr denn Equipped genug dafür Den Wurm schaffen wir Auf keinen Fall Ist auch ja böse Ja, ich saß auch bloß Stimmt, ich hätte auch Es wäre eine Waste Of Items Wenn wir es jetzt probieren Und ihr kackt alle ab Das ist doch Schwachsinn It's bulscht It's bulscht Come on, Horsey Fly I believe I can fly I believe I can turn Again Spread my wings and just Spread my legs and just Fly away Fart away Spread my legs and just Fly away Was hat ich für Drogen genommen I don't know Angel, du hast Hier runter oder was Woid Da wird sie instant sterben Nur mal so Ja, die alte Das stimmt Das ist zu nah am Boss Hilfe Hey, Shadia Thanks for following Ja, aber das reicht nicht Nicht bei den Hardmode-Mode-Bossen Guck dir mal an Wie viele DPS die haben Zero Zero DPS So, wie viel brauche ich denn noch Angel Dust? Noch ein bisschen Wenn ich Flügel habe Können wir gerne mal Einmal einen Boss antesten Aber dann den Wo ich die meisten Items habe Hä, was? Wenn du Flügel hast Äh, ja Nicht die anderen Nur du Naja, auch wenn ihr welche habt Kümmert euch halt Ja, ich mein What? Ja, ich guck gerade Ich guck gerade Was ich so machen kann Kann ja schlecht für alle was farmen Könnten uns aber vielleicht mal dran machen Um die Wyvern zu farmen So, Wyvern Kriegt man die ganzen Seelen Kriegt man die ganzen Seelen des Fluss Und ich hab schon eine große Harpienfeder Lindwurm, Lindwurm Fertig Zweimal Dann hast du 20 Ja, zwei oder mehrmals Also im größten Fall vier Aber so So viel könnt ihr auch nicht Ich mein, ich hab dir alleine mit dem Die Lindwurm Okay, Thema Hälfte Leben geholt Hab ich gerade eben gelegt Die ganze Zeit You know You know Wie viel Seelen hast du denn? Ähm 22 Könntest du halt einmal Flüge mitmachen Naja Reicht doch auch erstmal Nicht Nisch Gucken, ob ich noch so eine große Feder Ja, ich form die dann auch mal Hey, wir waren fucking Too fucking fabulous Fuck Und dann Ich glaub Der Wurm ist aber der erste Boss Den wir angehen können Der reißt uns den Arsch auf Na, darauf stehe ich Okay Das ist mir tätig Nein, ja, nur Der macht uns kalt Sowas von Ne, ne, ne Ne, ne, ne Ne Okay Das wird mir gerade ein bisschen zu kastrophil Halt sich ein Glückwunsch an Aldi Wissen wir, was das bedeutet Aldi Aldi, ja Pexy Dust Für Schaden macht das Paradiumschwert Doppelt so viel wie mein derzeitiges Aber ich muss vielleicht erstmal Lutschen Übrigens laufen die ganzen Gegner da rein Wenn sie wollen Wo du die Blöde Kuh reinsetzen willst, ne Das klappt also niemals Die wird überrannt da drin Das ist nix, Void Das ist nix, Void Wenn du bedenkst, dass die Bosse durch Bände können Ja, aber auch die normalen Gegner sind da gerade reingepimmelt Weil ich da unten gestanden habe Die können also einfach da durchmarschieren Mir doch egal Toll Dann stirbst du tausendmal Super, Void Na, das Problem könnte man eigentlich ganz easy lösen Ja Wow, mach noch langsamer Das wär scheiss Regebobeschleim Der ist schwul Jetzt nicht mehr, der ist tot Herr Doktor, ich bin schwul Warum das? Regebobeschleim War hier nicht gerade Titan? Was weiß ich? Wahrscheinlich nicht Wahrscheinlich schön So sähe es nicht so aus Okay Okay Oder ich habe jetzt plötzlich Halluxination entwickelt Sag doch, dass hier ist Titan Au Er Wenn sich hier in dem In Lagunas Loch etwas umschaut Das ist mein Loch in Ruhe Titan und Palladium Naja, ich habe schon alles, was ich wollte Gesammelt, deswegen kann da natürlich noch ganz arschvoll sein 47 Mir fehlen immer noch Angel Dust ohne Ende Jünger spawnen nachts aber nicht, ne? Und da ist noch Mitriele Ja, leck mich doch Nee Nicht, weil ich hätte doch gerne mal die Gefreundlichkeit Was? Why? Weil ich nicht geleckt werden will Warum nicht? Ich finde es nicht geil Ich finde es nicht geil, wenn mir irgendeine Person an den Arschloch geht Nett What? Laguna kennt sich aus Rosa Laser Rosa Eichel Auch Oh, warte mal I'm a farting laser Oh no Oh yes Flach Flach Regenschleimi-Banner Flach Hey stupid pixie thingy Bringt mir eigentlich recht wenig zu wissen, dass hier Titan ist Wenn ich es nicht finde Das ist wahr Irgendwie war es dran Irgendwie sind die Metalldetektoren ziemlich sinnlos In der Hinsicht Ja, schon Ja, schon Weil du nie weißt, wo es ist Vor allem Er zeigt dir nur an, dass es in der Nähe Wäder macht das vielleicht mal wieder Ja, nee, ist halt so ein ganzer Monitor Ja, Perlstein Eigentlich möchte ich nicht von einem Fleermost vergewaltigt werden Die armen Fleermäuse, die wollen auch nur den Spaß Ist doch noch ein Kranke vergewaltiger Yeah Aber trotzdem Oh, red dude Oh, ich liebe Wurmlöcher Boyd, das ist nicht gut, dass du mir hier hinterher rennst Das ändert die Spawnrate Wenn hier zwei Leute unterwegs sind Danke Danke Genau das 53 habe ich jetzt Wow Jo Wegen einem fucking Titan Ich gerade Hin raus Hin raus Ja, ich bin hinten raus Was? Controller oder Joystick Schauen wir der so einen Wegebogen-Schleimie Der ist ja schon stylisch, der alte Bob Aber bis man aus den Dingern ein Haus bauen kann, ist natürlich auch Bullshit Wie viel Uhr haben wir denn? Zwei Uhr nachts Na dann Ja, wir haben zwei Uhr nachts In-game Warum zählt das mein Like nicht? Was? Was? Noink Komm Hop Gib aim Fuck it You see Void House Nimmer lang Abreise Hey Hey Nee, stimmt, das sind solche Performance-Killer. Echt? Gar nicht, ey. Ja, zumindest bei mir gerade gefühlt. Ich will nicht wissen, was ich gerade meiner Grafikkarte antue. Bei meiner Schlechtplatte. Bei meinem Prozessor generell. Nothing, wahrscheinlich. So grafikintensiv ist das Game jetzt nicht. Das ist aber halt übel berechnungsintensiv, weil du hast halt die ganzen Partikel, die möglichst physisch korrekt animiert werden. So sieht's aus. Boom. Momentary lag. Bro. Guess who's back? No! Baby. Still dreamt. Du kannst mit Watercandles, Wasserkerzen, kannst du die Spawnrotter erhöhen von Monstern. I know that. What? 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 In den Po. Bravo, wo in den Po. I don't have the permission to start the old one's army. No. That's true. You don't have any fucking permission. Bitte? Das musst du auch machen. Alles. Flash. Flash. Ich hab Goldblöcke. Äh, Quatsch, Goldblöcke. Rainbowblöcke. Aus Gold. Ah. Rainbow. Was macht der Lynchwurm hier unten? Lynchwurm? Ja, Lynkwurm. Ja, Schwänze lutschen, was sonst? Fame. Der ist scharf auf mich. Look at that shit. Ich bin tot. Jetzt zittelt der halbe Wohler. Das war der Plan. Ganz geil. Ja, ne? Ich geh da mal Lynchwurm formen. Mach mal. Ich komm dann später wieder um euch mal vor mein Abenteuer. Hast du noch so eine dicke Feder übrig? Nein. Ey, ich hab noch eine. Was? Hat er dich gekillt oder was? Alter, da kommt er ja wieder. Warum willst du eine große Feder? Nein. Hä? Wozu flügelst du mal? Was? Warum willst du unbedingt die HP einflügel? Was? Nö, nicht unbedingt irgendwelche halt. Hersteller. Okay. Okay. Naja, wenn du halt die Federn hast, ist es ziemlich einfach so ein Flügel herzustellen. Vor allem ziemlich einfach sehr gute Flügel herzustellen. Ich meine, dann hast du eine 72 Block Range. Also in der Höhe. Schon ziemlich nice. Mit was? Hä? Mit diesen ganzen Flügeln, die halt nur 20 Stellen des Flugs und so ein Extraitem kosten. Hast du ziemlich gute Range. Und ich hab Bier. Lol. Awesome. Also natürlich gut, die Solar Wings, die haben, also die Solar und die Stardust Wings, die haben natürlich kompletten Overkill. Ja, die sind natürlich aber auch gerade mal außen vor. Ja. Das ist ja Endgame-Items. Game! Game! Endgame! Game! Game! Boah, das hast du für Drohungen genommen. Alle. Wo gibt's? Ah, mit Spacebar, fuck all. Leertaste. Ja, Leertaste, Junge. Jetzt in die Leertaste. Und da ist natürlich gleich direkt der Lynchwurm. Till. Lynchwurm. Der Lynchwurm, Alter. Till, Lungswurm. Der Schlanzwurm. Stimmt, ich will's dann auch demnächst mal wieder Highlight-Items machen. Ja. Ja. Ah, ja, der ist gleich tot. Jisi. Oh. Boah, ich hab fünf Seelen bekommen. Great. Ich hab noch sechs. Wie verbrauchst du die denn? Hast du noch keine Flügel? Nein, ich hab noch keine Flügel. Ich hab auch an die Seelen. Ich hab Flügel. Ich hab 20 Seelen. Bruh. Ich hab Flügel. Von, von Lindwurm. Ja, wisst du was? Auf, auf, nass. Sagenhaft. Ich brauch übrigens mein Gold wieder. Vergiss es. Was sind das für Partikel? Komm her, du Crack-Fledern aus. Und, äh, falls du kannst, hätte ich auch noch deine Seelen. Garne. Warum? Weil ich hier nicht die ganze Zeit umgrinden will. Wieviel Gold hast du in ihm verloren? Radion, wieviel Gold hast du verloren? Äh, ein Gold und ein paar Wurzeln. Gut, dafür kriegst du zwei Seelen. Boah, wir sind dead great. Den ersten hast du wieder. Du hast nur den ersten hast du gehabt, dann hatte ich den zweiten und jetzt darfst du wieder. Du hast zweiten und dritten gehabt. Ja, deswegen, deswegen darfst du ja jetzt wieder. Lol? Lol? Hersteller. Ähm. Nein, bis wir uns. Ich hab grad 20 Seelen. Ich hab 20 Seelen. Für hast du? Äh, ich hab grad sechs Seelen bekommen. Richtig krass. Bin ich richtig gearscht bei diesem Boss, wenn du keine Flügel hast. Also, das heißt Boss, es war, ich glaube, der war früher sogar mal ein Boss. Nein. Oh. Wow, ich hab, okay, ich hab alles in die ich brauche. Ich hab grad zehn bekommen. Ja, Mois. Wir spacken, jetzt kann ich nur keine mehr verkaufen. Oh, und da kommt natürlich der Limpfum. Jetzt wollte ich mich eigentlich verarbeiten. Ich komme. Ey, ich kotze. Nein. Am Arsch. Tschüss. Ja, am Arsch. Ja, moin. Da will er wieder stealen, ey. Ich will nicht stealen. Aber du hast auch keine Fügel. Ich will mein Geld. Kriegst du nie. Ach, scheiße. Ich will mein Geld, der mich die ganze Seelen. Ich verkaufe jetzt die Seelen. Und ich habe jetzt mal noch einen Wings. Oder brauche die jemanden? Laguna, brauchst du die Seelen? Oh, lucky. Ja, theoretisch schon. Viele. Theoretisch. Also, nein. Ja, nö. Gut, ich verkaufe sie eh nicht. Die sind nichts wert. Ja, jetzt haben wir alle Wings. Können wir jetzt versuchen. Ich habe jetzt auch ein bisschen mehr Armor. Ich habe immer noch keine Wings, ihr Knick-Pennel. Oh, Gott. Brauchst du Souls? Nee, Seelen habe ich on-mars. Souls my ass. Willst du Pixie Wings oder was? Entweder das. Oder... Ich habe gerade so eine Range damit einfach. Seelenweil. Das heißt, ich... Ich kann doch nicht mehr die Boot verwenden. Dann gebe ich dir jetzt Pixie-Stopp. Dann kannst du Pixie Wings machen. Ich will Pixen. A horrid. Komm her, Laguna. Wo bist du? Ich renne vor dir weg. Was sonst? Alter, nein. Ich glaube, du willst die Wings machen. Dann mache ich die jetzt. Dann habe ich auch schon Wings. Ja, was ist, Gepär? Thanks. Inventar ist voll. Der Rest kannst du behalten. Ich brauche noch eine. Eine brauche ich noch. Du kannst versuchen, 200 Tapien zu töten. Dann wird es wahrscheinlich auftauchen. Genau das dachte ich mir auch bei dem Apfel. Der war so eine Drop-Prozent-Chance von Licht-Kreaturen. Irgendwie 1000 zu 1 oder so. Und ich finde einfach auch 3000 hintereinander. Auch vorher schon. In meiner anderen Welt. Ja, ja. Das haben Sie wahrscheinlich... Richtig unrealistisch. Warum werden Sie bei dir angezogen? Bei mir nicht. Ah, wegen meinem Shirt. Oh. Soul of Light. Von wem, wir haben die getroffen? Von deinem Arm oder... Ach, von den meisten Gegner im Untergrund-Fallout. Untergrund-Fallout. Was, 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 was? Ja, einmal. Welchen denn? Ich kann mal gucken. My eyes. My eyes. Put a whole bag of jelly beans on my eyes. Wollten wir jetzt alle wissen. But why do you taste so good? Also wir müssen einmal den Wurm antesten, ne? Ja gut, wenn du sechsmal Wurm hast, ist... Kommt das auf so einen Mal nicht wirklich an. Do you know, da weh? Oh, Boyd. Tschüss, das gibt es jetzt erstmal Mute. Dann sammlelt euch doch hier erstmal, ja? Wir sind ja schon längst da. Ja, dann ist doch gut. Den können wir jetzt aber nicht beschwören, weil das ist Tag. Tschüss. Alter, Boyd, dieses Meme ist der absolute letzte Krebs. Nee, Ebola. Ah, das ist fertig. Hat das doch schon mal versucht, jemand? Was? Esse meine deutsche Sprache. Ja. Ja. Mechanischer Schädel. Okay. Mekka-Schädel. So, den haben wir dann auch zweimal. Ich sage, der Wurm fegt uns hart in den Arsch. Ja. Wo, wo in den Po. Fick die, fick die Wo, wo in den Po. Ja. Hast du ein Nightbot aus? Ich sammel... Warte, ich dachte schon. Ich sammel... Dann erstmal... Was droppen die? Hollow Bars, ne? Oder? Ja. Irgendwas droppen die doch. Ja. Ja. I'll take them. Wo ist mein scheiß Mauszeiger, Junge? Genau. Die Arena ist selten hässlich, Alter. Nicht jetzt. Sag, wo, wo? Wo in den Po. Fairy Wings haben... Ha. Fairy Wings haben eine Range von 67 und Harpy Wings eine von 20. Oh Mann, jetzt muss ich mich leider umbringen. Ist mir doch scheißegal, Alter. Ach, was weiß ich, was ihr mir damit jetzt sagen wollt, äh? Ich komm höher und weiter. Ohne rum. Alter, ich hab nicht mehr viel Zeit. Kann das Game sich mal ein bisschen wie beeilen? Ja. Ich hab schon überzogen. Ich muss ins Training. Nein. Ich sag, wo, wo in den Wurm? beeil dich doch mal das ist ein neues Spiel Ah! Sheesh! Wow! Ah! Sheesh! Ah! Shush! Ey, das ist mein Loot. Ach, das Affe. Thanks for following. Komm, wir machen mal kurz PvP. Ja, gib's euch gegenseitig. Geh mal kurz in Timrot und mach PvP. Ah, ihr Lutscher! Was ist passiert? Ah, thanks. Noch 30 Mi-Sekunden. 30 Mi-Sekunden? Mi-Sekunden. Das ist eine neue Einheit. I'm Mr. Mi-Seks, look at me! I'm Mr. Mi-Seks, look at me! I'm Mr. Mi-Seks, look at me! Mi-Seks. Keine Ahnung. Weil du Geld hältst. Ein Mr. Mechanischer Wurm, look at me! Oh ne, doch nicht. Ein Mr. Mechanischer Wurm. Bis was? Ich glaube erst ab 7 PM geht das. 7 PM! The fuck! Quasi jetzt. 7 PM? Nee, geht nicht. Geht nicht! 8 PM! 8 PM! 8 PM! Und den Loot hier unten! Und den Loot hier unten! Look at me! Yes, I'm gonna strap on the gas! Do you know the W? Do you know the W? Do you know the W, brother? I have the W. I have the W. Und das muss eh überarbeitet werden. Das wird jetzt erstmal angetestet. Mr. Wurm, look at me! Fuck it! Natürlich gleich auf mich! Natürlich! What else? Klau, das Arschloch! Deine Mom! Das ist auch deine Mom? Jaja! Das ist eine Scheiß-Arena für den Boss! Okay! Sehr cool! Vor allem bis wir die ganze Zeit damit beschäftigt sind. Das ist ein Kleindreckspiecher! Nö, wenn man ich is! Und Heselrohr! Hier steht den Boden kaputt! Was? Zu viel später von mir! Nein! Oh, komm! Wir wohnen von der Analsonde! Er klaut mein Gold! Ja, ach, den wieg's! Ding in die Hose! Das habe ich doch gesagt, dass das sowas von in die Hose geht! Die wollten ja unbedingt einen Boss untryen, die Gesichter her! Du wolltest so einen pinken Boss anschreiben! Ach, ja, ja! Deine Mom! Das scheint mit meiner Mom gar nichts zu tun! Bist du dir da ganz sicher? Ja! Aber sonst hat das nichts mit dir zu tun! Naja, das hat dann doch schon was mit dir zu tun, nicht? Alter! Der geht jetzt auf mich, oder was? Gut! Dann hab ich ja erstmal Ruhe hier! Wo ist er denn? Nö! Da ist er! Da kommt er ja! Vor allem nicht, wenn hier die ganzen Analsonde unterwegs sind! Die Sonden, die können doch gar nichts! Guck's mir an, ey! I'm Mr. Me6! Look at me! Äh... Das war's schon wieder! Der Schädel wurde von einem... Todeslaser! 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 Es ist ein Laser! Ich habe einen Ring of my iron! Wow! Ich mache hier so viel Schaden! Wo ist er denn? Bei deinem Home! Beim Trüffel! Beim McTrüffel! Ja, McTrüffel! Ja, McTrüffel! Ah, ja! Toll, jetzt bin ich unter ihm! Ich bin auch da angebrochen! Oh, scheiß! MC Trüffel! Ich glaube, ich werde morgen mit der Gehirnstrung aufwachen! Wahrscheinlich! Du hast da grad deinen Kopf auf den Tisch gehauen, oder was war das? Ja! Guck mal, er hat schon fast die Hände von seinem Leben weg! Wow! Jetzt kriegen wir aber vor halb nicht mehr hin! Wieso vor halb? Wir überziehen schon längst! Ach nee! Aber tu's als wärs einfach mit! Das geht nicht! Ich muss weg! Um Halt! Muss ich losfahren! Das heißt, ich kann hier einfach gleich rausjumpen! Hello, lagun! I'm Mr. MeSix! Suck my dick! I'm Mr. MeSix! MeSucks! Das würde er wahrscheinlich sogar machen, aber es wäre ziemlich verstörend! I'm Mr. MeSucks! Was? Jetzt bin ich tot! Jan, guten! Ey, und ich halte ihn noch am Leben! Komm! Respawn du! Ah ja! Super! Guck mal, wo er gerade lang fliegt! An meinem Bett! Fucking Opfer! Alter! Was er Arsch! Ey, ich wollte grad zum... Ich wollte zum Destroyer oder? Ich will halt einfach von dem! ... ... Mr. MeSucks! Ah, komm schon! That Sucks! Mr. DadSucks? ... 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 ich hab ne Idee. Ich auch. Mr. Me sucks. Ich mach so viel Lust vor meinem Leben. Glaubt ihr gar nicht. Ich steh dir vor, du hättest jetzt Grabsteine, ne? Was ist Glück? Hab ich dir abgestellt. Ja, Beut, lass dir am besten gleich zum NPCs kommen. Die töten dich. Don't cry. Grey bars. Das lag ohne unsere, ohne unsere, ohne unsere. Trololololol. Er ist fast down. Er ist fast down. Ja, me is dead. Dead as shit. Ja, das geht schon, aber... Ich versuch so lange zu überleben, bis ich da bin. Dieser Gewitter, hilf mir. Hilf mir. Nein, ich hab grad noch H gedrückt. Nein, ich hab grad noch H gedrückt. Der ist so gut wie tot. Ich hab's ihm grad hart besorgt. Ohne rum. Sind jetzt grad alle tot. Ne, ich... Potze. Lol. Lol. Dann nächstes Mal. Das war's dann heute mit, äh, Terraria. Viel, viel Spaß beim nächsten Mal, ne? Tschüss. Aber hier sind noch die Viecher. Du Gimp, der ist noch da. Hahaha. Hahaha. Boa, ich komm wieder zurück. Ja. Er ist halt jetzt winzig klein, aber er ist noch da. Hahaha. Warum ist er so klein? Der hat schon ein Ei eingeklemmt oder so. Was war das denn? Hahaha. Haha. Wie weit war das? Mini Wurm. Und der Neue. Wo ist er? Da, kommt er. Hä? Warum? Bei mir ist er noch komplett da. Echt? Bei mir nicht. Da ist nur noch so ein Stückchen übrig. Jetzt ist er wie der Gans. Der wird immer länger. Mal. Jetzt aber weg. Äh, ich trau dir nicht. Der ist gerade explodiert. Explodiert? Entweder ist er tot oder weg. Ich glaub er ist weg. Jetzt ist er weg, ja. Das war eine knappe Geschichte. Schade. Es ist nicht mehr schade, es ist einfach nur fuck. Der hätte, den hätten wir legen können so, ne? Der hätten wir easy gelegt. Ah ja, easy sieht anders aus, ne? Er hätte auch easy, aber... Gut, wir müssen nächstes Mal ein bisschen umstrukturieren. Hier in der Arena und dann geht das, ja. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Tschüss. Tschüss, tschüss. Schönen Abend noch. Äh, yo, yo, yo. Äh, lo, 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 lo. Auch von mir, vote it by the house teamers für mich. Wir sehen uns morgen wieder. Und ich glaub ich bin grad schon wieder gestorben, das war ich gar nicht nice. Bis morgen. Yay. Bis zum nächsten Mal.